Moin, liebe Frugalisten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es wieder um Frugalismus, um Geld sparen. Wir sind ja immer daran interessiert, möglichst viel Geld beiseite legen zu können, um das für unsere finanzielle Freiheit zurückzuhalten, beziehungsweise um unserer finanziellen Freiheit vor allem viel, viel näher zu kommen. Aber wir wollen das natürlich nicht dadurch erreichen, dass wir jeden Penny umdrehen und ich sage mal sehr, sehr viel verzichten müssen. Das ist ja immer das, was dem Frugalismus vorgeworfen wird, sondern indem wir einfach durch clevere Strategien und clevere Tricks und Tipps irgendwo Geld sparen, ohne dann aber eine Reduzierung unseres Lebensstandards zu haben. Und ein gravierender Punkt ist ja, dass wir in dieser Konsumgesellschaft immer sehr, sehr schnell dazu tendieren, uns neue Sachen zu kaufen, dadurch auch unfassbar viel ausgeben. Und deswegen ist der Kern des heutigen Videos eher mal, dass wir das Reparieren wieder attraktiver machen wollen. Das heißt, wenn irgendwie ein Gegenstand mal kaputt ist, dass wir nicht gleich zu Amazon, Saturn etc. laufen und uns diesen Gegenstand neu kaufen, sondern dass wir uns mal damit auseinandersetzen und vielleicht selber versuchen, das Ding wieder in Gang zu kriegen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, euch heute mal ein paar Sachen aus dem Haushalt zu zeigen, was ich hier immer mal wieder so instand setze. Es sind zugegebenermaßen Kleinigkeiten. Also wenn jetzt einer von euch Handwerker oder Handwerkerin ist, dann werdet ihr mich wahrscheinlich auslachen. Aber trotzdem sind das, denke ich mal, Sachen, wo vielleicht jemand mal vorschnell einen Handwerker ruft oder so und man kann das eigentlich auch sehr gut selber hinkriegen. Und der zweite Teil des Videos ist dann eigentlich, dass ich so ein bisschen erklären möchte, warum Reparieren eigentlich cool ist, warum wir als Progalisten dadurch nicht nur auf der einen Seite super viel Geld sparen können, sondern warum das auch wahnsinnig viel Lebensfreude bringt, weil uns das irgendwo mit unserem Besitztümern wieder so ein bisschen mehr vereint und wir unseren Besitz dann auch viel, viel mehr zu schätzen wissen. Wenn dich diese Themen also interessieren, dann bleib auf jeden Fall dran. Du kannst mir auch gerne jetzt schon einen Daumen nach oben geben und mir auf diesem Kanal folgen, falls du neu dazu gestoßen bist. Und ansonsten würde ich sagen, springen wir jetzt direkt ins Video. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich starte so Videos ja immer gerne mit Zahlen, Daten und Fakten, damit das Ganze nicht einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus gesagt ist, sondern dass ich euch auch eben mit wirklichen Wahrheiten überzeugen kann. Ich finde, das ist immer noch so ein bisschen stichhaltiger. Und deswegen auch heute wieder so ein paar Zahlen am Anfang zum Müll oder beziehungsweise zu der Menge, die wir global wegwerfen. Und hätte ich da jetzt alle möglichen Sachen mit reingenommen, wie Lebensmittel und ich sage mal Müll im Generellen, dann wäre das ein bisschen eskaliert und das wären auch viel zu viele Zahlen gewesen, das wäre zu trocken gewesen. Deswegen habe ich mich mal auf Elektroschrott bezogen, weil ich glaube, dass dieser ganze Elektroschrott uns immer mehr betrifft und auch das gerade der Müll ist, der immer schneller produziert wird, weil wir uns beispielsweise ein Handy kaufen, das wird nach zwei Jahren dann schon wieder verschrottet und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich den Elektroschrott besonders interessant und da ist zum Beispiel allen voran China zu nennen. China produziert pro Jahr, diese Daten sind jetzt von 2019, 10,1 Millionen Tonnen Elektroschrott und das finde ich einfach schon unfassbar krass, wenn man sich das mal versucht irgendwie vorzustellen. Das kann man wahrscheinlich gar nicht. Wir Deutschen dagegen haben 1,9 Millionen Tonnen auf die Waage gebracht, aber man muss jetzt ja auch fairerweise das Ganze in Relation zu der Einwohnerzahl nehmen und da sind wir Deutschen dann tatsächlich über den Chinesen, was die weggeschmissenen Kilos angeht. Da haben wir 19,4 und die Chinesen dann nur 7,2 Kilogramm Elektroschrott pro Kopf pro Jahr weggeworfen und dementsprechend sind wir Deutschen da dann doch schon ziemlich schneller, wenn es um Elektroschrott bzw. darum geht, Dinge wegzuwerfen und nicht zu reparieren. Und ich finde diese Zahl symbolisiert eigentlich sehr, sehr schön, dass wir nicht lange an Dingen festhalten, sondern dass wir das recht schnell wegwerfen, weil wenn man sich vorstellt, 19,4 Kilo, das sind pro Jahr, wenn man das mal umrechnet, mehrere PCs, mehrere Laptops, mehrere Handys oder was auch immer oder wenn man halt noch so einen alten Röhrenfernseher hat, dann natürlich nur einer davon, aber es ist trotzdem eine Menge, die da auf Dauer zusammenkommt und ich finde, das kann man vielleicht doch irgendwie dann reduzieren oder vermeiden. Und um das Ganze so ein bisschen schmackhafter zu machen, möchte ich euch, wie gesagt, gleich ein paar Beispiele zeigen, aber vielleicht auch erstmal vor allem darauf eingehen, was uns Reparieren überhaupt eigentlich bringt, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, wir leben einfach in einer Zeit, wo Reparieren nicht mehr lukrativ, nicht mehr attraktiv ist und woran liegt das? Weil wir neue Gegenstände teilweise günstiger kaufen können, als dass wir das Ganze reparieren würden. Und das sagt natürlich auf der einen Seite viel über unsere Konsumgesellschaft aus, aber auf der anderen Seite entschuldigt das auch so ein bisschen, warum wir dann eher dazu tendieren, nicht mehr an alten Dingen festzuhalten, sondern eben mal schnell auf Amazon gehen und uns irgendwas Neues bestellen. Wenn man beispielsweise einen gesplitterten Handy-Display hat oder so, dann würde das teilweise je nach Modell 150 Euro oder sowas kosten und da lohnt es sich tatsächlich dann schon fast, sich einfach ein neues, günstiges Handy zu holen. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, wo es sich lohnt zu reparieren und vor allem, da muss man immer unterscheiden, wenn man das Ganze selber repariert. Wenn man das nämlich zu einem Reparaturdienst gibt, ist es in der Regel natürlich teurer, aber uns geht es heute im Video auf jeden Fall darum, dass wir versuchen, das Ganze selber zu reparieren. Und da habe ich auch mal ein bisschen in der Vergangenheit bei mir beobachtet, was habe ich eigentlich für Benefits daraus gezogen, wenn ich mich dann wirklich um Dinge mal selber gekümmert habe. Und allen voran war da eben natürlich mein größter Anspruch, dass ich Geld sparen kann. Wenn ich Dinge selber repariere, dann muss ich das nicht zum Reparaturdienst geben, dann muss ich mir keine neuen Sachen kaufen. Ich denke, das liegt auf der Hand, dass ich dadurch dann Geld spare. Aber was ich noch viel, viel cooler finde, ist, dass dieses Reparieren unabhängig macht. Und ich bin ja eh so ein Fan davon, möglichst unabhängig irgendwann mal leben zu können, möglichst autark. Und dann finde ich es halt einfach super, super cool, wenn man auch so ein bisschen handwerkliches Geschick oder so aufgebaut hat, um sich um Dinge selber kümmern zu können und nicht immer direkt dann irgendwen rufen zu müssen, der einem dabei hilft. Und das ist das Erste. Und durch diese Unabhängigkeit, beziehungsweise dadurch, dass wir es dann selber geschafft haben, einen Gegenstand zu reparieren, und das ist eigentlich meine größte Motivation, können wir ein so unfassbares Glücksgefühl aufbauen und danach empfinden, dass sich dafür eigentlich schon jede Reparatur lohnt. Also als Beispiel haben wir letztens hier unsere komplette Beleuchtung dann repariert, da war irgendwo ein Fehler. Und dieses Gefühl danach zu wissen, dass das Licht jetzt wieder angeht, weil man das selber hingekriegt hat, finde ich, ist einfach unfassbar cool. Und das kriegen wir in dieser Zeit einfach viel zu selten mit, dieses Gefühl, dass man mal wieder, finde ich, so richtig stolz auf sein eigenes Werk sein kann. Und das ist auch das, was zum Beispiel im Handwerk, finde ich, so unfassbar cool ist. Also das ist auf jeden Fall mein größter Motivator, was aber noch eine andere Sache ist, ein Benefit. Und ich denke mal, dass es auch immer wichtiger ist, auf jeden Fall das Umweltding, weil wir unfassbar viel Schrott produzieren, das habe ich ja gerade gesagt. Und je mehr wir diesen Schrott recyceln oder vermeiden, eher gesagt, desto besser ist das Ganze natürlich auch für die Umwelt. Das macht Sinn, denke ich. Desto weniger wir wegschmeißen, desto weniger muss auch neu produziert werden. Und es gibt aber noch ein letztes Benefit, und das war mir, ehrlich gesagt, bislang ziemlich unbekannt. Ich bin mal gespannt, ob euch das bekannt ist. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und zwar führt Reparieren auch zusammen. Warum? Weil es sogenannte Reparaturcafés gibt. Und das kannte ich gar nicht. Und das habe ich mir vorgenommen, nach Corona unbedingt mal zu besuchen. Bei einem Reparaturcafé kommen nämlich unterschiedliche Menschen zusammen, die alle was reparieren wollen. Und dieses Reparaturcafé, das wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleitet, die in der Regel dann auch schon ein bisschen mehr Plan von solchen Sachen haben. Und dort kann man dann tatsächlich ganz kostenlos Werkzeuge nutzen, die die Gegenstände reparieren, sich von anderen Leuten Hilfe holen. Und das Ziel von diesen Reparaturcafés ist einfach, dass man eben zusammenkommt, zusammen repariert, gegenseitig voneinander lernt, wie solche Gegenstände repariert werden, und damit dann halt eben auch nachhaltiger irgendwo wirtschaftet. Finde ich eine super coole Sache, dass es sowas gibt. Und ich finde, das sollte dann auf jeden Fall auch irgendwie genutzt und gefördert werden. Das sind die Benefits gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so im ersten Schritt ein bisschen davon überzeugen, dass Reparieren auf jeden Fall super cool ist und dass wir eine Menge davon haben. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt mal in die Dinge, die ich in Anführungsstrichen repariere zu Hause oder versuche selber instand zu setzen. Wie gesagt, nehmen wir das jetzt nicht böse, wenn das eher ein paar Kleinigkeiten sind und jetzt nicht irgendwie, dass ich hier anfange, jetzt mein Auto zu reparieren und den Motor auszubauen oder so. Es sind wirklich einfach Dinge, die man schnell mal erledigt kriegt. Und das allererste ist, tatsächlich, damit habe ich jetzt vor kurzem angefangen, und zwar meine Pullis, den hätte ich jetzt vorher eigentlich mal auf rechts drehen können oder auf links drehen können, ich weiß nicht, wie rum das richtig ist. Hier kommen immer diese Löcher rein. Und ich vermute, dass das dadurch bedingt ist, dass ich eine Zeit lang immer Gürtel getragen habe und die Gürtelschnalle hat das dann hier aufgerissen. Und ich habe mich irgendwann spaßeshalber einfach mal hingesetzt und mal versucht, so ein Ding zu nähen oder zu stopfen, wie auch immer man das sagt, das weiß ich sogar noch nicht mal. Und das hat hingehauen und es war danach einfach ein unfassbar cooles Gefühl, dass ich es selber geschafft habe, mein T-Shirt zu nähen, weil was das angeht, habe ich echt zwei linke Hände. Kann ich euch auf jeden Fall also mal empfehlen. Wenn ihr auch immer hier unten diese Löcher habt, probiert das einfach mal. Nehmt da so einen neutralen Faden und macht das. Und dazu gibt es auch unfassbar viele YouTube-Videos, die ihr euch im Internet dann mal reinziehen könnt und dann kriegt das eigentlich jeder hin. Also das wäre die erste Sache. Das zweite ist, ich habe mir früher immer neue Messer gekauft, wenn die stumpf waren. Und das mache ich inzwischen auch nicht mehr, weil ich habe mir einen Schleifstein gekauft. Wurde ich auch erstmal wieder von Freunden etc. ausgelacht. Jetzt fängt er auch schon an, seine Messer selber zu schleifen. Und man muss dann da so eine spezielle Technik machen. Das kannst du dir aber auch im Internet angucken bei YouTube. Und seitdem kriege ich es hin, jedes Messer, egal ob das ein Discount-Messer ist oder ein gutes Messer, anschließend wieder richtig scharf zu machen. Ich muss mir keine neuen Sachen kaufen. Das funktioniert teilweise auch mit Scheren. und dadurch hat man einfach eine extreme Ersparnis, wenn ich mich daran erinnere, dass ich früher, wenn ein Messer tatsächlich stumpf war, dass ich mir irgendwann einen kompletten neuen Messerblock gekauft habe, weil ich nichts mit diesen stumpfen Messern anzufangen wusste. Und jetzt kann ich damit alles schärfen. Das macht Spaß. Das ist auch so eine meditative Arbeit. Und ja, finde ich cool. Spart Geld. Ist eine einmalige Investition. Das Ding hat, glaube ich, 15 oder 20 Euro gekostet. Packe ich euch gerne mal unten in die Beschreibung. und ja, macht Spaß und ich muss nichts mehr wegschmeißen. Das nächste ist das Smartphone. Und hier geht es jetzt tatsächlich dann nicht darum, dass wir das komplett selber machen, sondern eher, dass wir versuchen zu vermeiden, ein neues zu kaufen, weil jeder kennt das von euch. Der Hauptgrund, glaube ich, warum wir irgendwann unser Handy weggeben, ist tatsächlich, dass der Akku irgendwann Fratze ist. Und dann denken die meisten, bei diesen iPhones kann man das ja nicht mehr selber auswechseln, deswegen muss das weg. Oder auch bei den neuen Samsungs ist das, glaube ich, ähnlich. Da ist der Akku schon fest verbaut. Aber es gibt auf der einen Seite diese Reparatur-Kits. Damit kann man das selber machen. Das habe ich allerdings auch noch nie probiert. Da hatte ich immer so ein bisschen Bammel vor. Die Alternative dazu ist, dass man dann doch wieder das Ganze, ich sage mal, in Auftrag gibt. Aber da muss man keine Sorge haben, dass das Ganze 100.000 Euro kostet. Ich habe für dieses Handy, und das ist ein iPhone 7, glaube ich, das heißt auch schon ein ziemlich altes Modell, habe ich damals für einen neuen Akku 50 Euro gezahlt. Und seitdem funktioniert dieses Ding wieder tadellos. Der Akku war sogar noch besser als der Werksakku von Apple. und das Ding läuft jetzt wieder, ich sage mal, mehrere Stunden am Stück und ich benutze ja auch viel Instagram und so. Das heißt, bevor man sich nur des Akkus wegen ein neues Handy kauft, auf jeden Fall mal das Ding für 50, 60 Euro weggeben und man hat danach wieder einen super Top-Akku. Also hier kann man auf jeden Fall auch viel Geld sparen und die Reparatur kostet in der Regel dann da eigentlich auch keine Extrakosten. Dann noch eine andere Sache, und zwar, wenn euch das Handy mal ins Wasser fällt, das kann man auch ganz einfach Sachen machen, selber machen muss man nicht direkt wieder irgendwie sich ein neues Handy kaufen, dann kann man das zum Beispiel einfach in Reis legen, dieses Handy. Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man das Handy direkt ausmacht, sonst gibt es einen Kurzschluss. Aber wenn das mal ins Wasser gefallen ist, direkt in eine Tüte mit ganz viel Reis legen. Der Reis zieht nämlich die Feuchtigkeit raus. Und wenn das Ganze nichts bringt, dann kann man das Ganze am Ende auch immer noch bei einer sehr, sehr geringen Temperatur, ich glaube 30, 35 Grad oder so in den Ofen tun. Und ein Handy sollte natürlich aus sein und auch da wird die ganze Feuchtigkeit dann kondensieren und dementsprechend kann man dann eventuell das Handy danach wieder nutzen. Aber auf jeden Fall Akku natürlich rausnehmen. Das waren die Dinge, die ich euch jetzt hier so zeigen konnte. Jetzt gehen wir aber nochmal durch die Wohnung und dann zeige ich euch nochmal zwei, drei andere Gadgets. Denn es ist nämlich sehr, sehr oft so, dass wir zum Beispiel auch dazu tendieren, bei Haushaltsgeräten schnell mal das Ganze in Auftrag zu geben, weil wir nicht wissen, was da genau jetzt nicht funktioniert und weil wir dann auch Respekt davor haben, das selber zu machen. Und da gibt es bei Kühlschränken, bei der Waschmaschine und bei der Spülmaschine drei kleine Kniffe, wie wir in der Regel die erste Anamnese oder was auch immer selber machen können, um diese Dinge dann selber zu reparieren. Und das zeige ich euch jetzt. In der Küche, beziehungsweise viel genauer im Kühlschrank, können wir ganz schnell eine Sache reparieren beziehungsweise fixen, weil es eigentlich nur ein Handgriff ist. Vielleicht kennt ihr das, dass sich im Kühlschrank hin und wieder mal so eine Flüssigkeit oder so eine Pfütze bildet. Und man denkt dann, der Kühlschrank ist irgendwie defekt, der pumpt nicht mehr richtig das Wasser ab oder wie auch immer der richtige Fachjargon dann ist. Aber das liegt einfach nur daran, dass hier hinten dieser Stopfen verstopft ist und da fließt normalerweise das Wasser immer ab. Also es läuft dann hier an der Seite runter, fließt dann da durch dieses Loch. Und wenn dieses Loch verstopft ist, dann kann das Wasser eben nicht mehr abfließen. Und dann zieht man hier hinten einfach mal diesen Stift raus. Und wenn man den dann dementsprechend säubert und auch hier dieses Loch so ein bisschen säubert, dann kann man danach feststellen, dass sich keine Flüsse mehr bildet und dass das Wasser ganz easy abfließen kann. Das Gerät, was in der Küche wahrscheinlich mit die meisten Probleme macht, ist die Spülmaschine. Das ist bei uns jetzt auch schon super, super häufig passiert. Und zwar kennt ihr das bestimmt auch, dass sich dann hier mal ganz viel Flüssigkeit unten lagert, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass die Maschine nicht mehr richtig abpumpt. Und je nachdem, wie intakt diese Dichtungen hier an der Seite sind, fließt das Ganze dann auch mal auf den Küchenboden. Und das ist natürlich super ärgerlich. Und in, ich sage mal, 80 Prozent der Fällen liegt das eigentlich daran, dass euer Sieb der Spülmaschine verstopft ist. Und das könnt ihr super, super easy selber sauber machen. Da müsst ihr einfach mal schauen, wo unten bei euch in der Spülmaschine dieses Sieb sitzt. Das sitzt in der Regel hier mal in der Mitte unter diesem Drehteil. Und dann könnt ihr das da tatsächlich einfach rausschrauben. Ich hoffe, das sieht man jetzt hier. Einfach drehen. Und dann habt ihr hier das Sieb. Das müsst ihr sauber machen, schön mit Spüli, weil das in der Regel ziemlich verfettet ist. Und dann müsst ihr das hier unten auch nochmal rausholen, auch nochmal sauber machen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr sehen, dass, oh Wunder, auf einmal euer Wasser wieder abläuft. Und das sind ein paar Handgriffe, die in der Regel ganz oft das Problem lösen. Und dafür muss man auch definitiv keinen kommen lassen. Der nächste Krisenherd ist das Waschbecken. Und das bereitet uns auch sehr, sehr oft Probleme. Sei es jetzt hier in der Küche oder sei es im Badezimmer. Und das liegt daran, weil es halt immer irgendwie verstopft ist. Im Badezimmer kann das beispielsweise durch Haare beim Föhn oder so verstopft werden, die dann irgendwie im Siphon landen. Hier in der Küche sind es eher Essensreste oder Fettreste durch Olivenöl, Rapsöle etc. Weil das setzt sich richtig schön in den Rohren fest. Und wenn das ganze Ding nicht unfassbar verstopft ist, dann kann man in der Regel mit Natron da immer noch ein bisschen was bewirken. Und dafür kippt man einfach drei, vier Teelöffel Natron hier in den Ausguss. Das mache ich jetzt mal, weil das bei uns auch dringend notwendig ist wieder. Und dann haut man da Essigessenz drauf. Und dann merkt man in der Regel auch schon, wie das anfängt zu blubbern, weil das dann so ein bisschen reagiert. Dann lässt man das Ganze ein bisschen einwirken. Und anschließend muss man das gut mit wirklich kochendem Wasser durchspülen. Und dann merkt man auch nochmal richtig, wie das blubbert. Und dann hört man auch teilweise vielleicht schon so ein bisschen, wie sich das freisetzt. Und in der Regel hat man damit auf jeden Fall grobe Verstopfungen gelöst, weil das Ganze dann anschließend mit dem heißen Wasser runterläuft. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Das hilft eigentlich auch ziemlich gut und ist halt ein Hausmittel. Das heißt, es ist jetzt keine Chemiebombe, die man da irgendwie ins Abwasser spült. So, kommen wir zum letzten Haushaltsgerät, was gerne mal Probleme macht. Und zwar ist das die Waschmaschine. Und da ist es tatsächlich so, dass das Ganze dann auch schnell mal 350, 400 Euro kostet, wenn man sich dann eine neue kauft. Und oftmals ist es aber so, dass es gar nicht zwingend nötig ist. Weil wenn ihr zum Beispiel Wasser in der Waschmaschine habt, was nicht abläuft, dann könnte das auch an einem verstopften Sieb liegen. Und das hat bei uns jetzt die letzten zwei, drei Male geklappt, dass wir das Problem damit beheben konnten. Und dafür müsst ihr mal gucken, bei der Waschmaschine ist vorne immer so eine Klappe. Wenn ihr die Klappe aufmacht, dann das Sieb mal rausschraubt, beziehungsweise diesen Stopfen, der da drauf ist. Das geht in der Regel ziemlich einfach. Dann werdet ihr feststellen, dass da sehr, sehr viele Flusen, Plastikteile etc. dran sind. Und das findet ihr dann auch hier unten drin wieder. Und wenn ihr das Ganze mal rausmacht und ein bisschen säubert, dann kann das Wasser in der Regel danach auch wieder super abfließen und ihr habt das Problem behoben. Da müsst ihr nur drauf aufpassen. Wenn ihr das macht, dann legt das alles nebenbei so ein bisschen mit Handtüchern aus. Weil wenn ihr das Ding aufschraubt, dann kommt da im ersten Moment immer mal ein kleiner Wasserschwall raus. Und das setzt das ganze Bad dann unter Wasser und das wäre nicht so cool. Genau, das war der letzte Reparaturtipp oder Reparatur in Anführungsstrichen. Ich hoffe, die Handwerker, Handwerkerinnen unter euch sind jetzt nicht enttäuscht, dass das nicht so viel mit Frickelei hier zu tun hatte, sondern eher einfache Tipps waren. Aber ich denke mal, der Master bringt das vielleicht auch was. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, von denen wir vielleicht alle profitieren können. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich euch einen schönen Sonntagabend wünsche. Kommt gut in die nächste Woche und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video.